Starfield gibt es in zig verschiedenen Versionen und Möglichkeiten zu kaufen. Wer auf Extra Stuff und Early Access verzichtet, kann richtig Geld sparen. Wie das geht und wie die Versionen im Detail aussehen, zeige ich euch nach dem Intro. Bleibt gespannt. Servus Gaming Freunde, freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Die Tage zu Starfield sind ja schon gezählt. Unter einer Woche kommt es mit dem Early Access raus. Meine Stimme ist noch nicht ganz da, denn gestern Abend bin ich von der Gamescom zurückgekehrt. War mal wieder richtig cool, natürlich viel geredet, deswegen ist die Stimme jetzt hier auch ein bisschen down. Ihr könnt euch auf jeden Fall noch auf ein separates Gamescom-Video freuen, denn ich konnte einiges anspielen, wie zum Beispiel das Cyberpunk-DLC, gibt es ein paar wichtige Infos, Stalker 2 und Co. Wer das nicht verpassen möchte, kann immer gerne mit einem Abo dabei bleiben. Wird natürlich auch so noch einiges zu Starfield rauskommen, freue mich da mega auf den Release. Und wir schauen uns jetzt die verschiedenen Versionen an, was es da alles gibt. Lasst auch gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video informiert. Ich beginne mit dem Vorbesteller-Bonus, dann muss ich ihn auch nur einmal erwähnen. Jeder von euch, der Starfield eben vorbestellt, egal welche Version, bekommt eben den Vorbesteller-Bonus. Ihr seht es hier auch eingeblendet und zwar einmal einen Laser-Cutter. Das ist eine Waffe, hat man auch schon öfter in verschiedenen Gameplays gesehen. Und auch einen tiefen Minenhelm und einen tiefen Minenrucksack. Zu Beginn, glaube ich, im Spiel ist man dort in so einer Mine unterwegs. Auf der Gamescom konnte man da auch exklusives Gameplay sehen und hat dann nochmal einen Einblick ins Spiel bekommen, den man eben so noch nicht gesehen hat. War jetzt aber nichts ultra Besonderes. Aber diese drei extra Sachen bekommt ihr auf jeden Fall, wenn ihr Starfield vorbestellt. Die günstigste Möglichkeit, Starfield zu spielen, zeige ich euch zuerst. Und zwar über den Xbox Game Pass. Wer es noch nicht mitbekommen hat, ab Tag 1 ist Starfield im Xbox Game Pass mit drin. Die Standard-Version, ihr könnt also am 6. September loslegen, wenn ihr den Xbox Game Pass besitzt. Falls ihr ihn das erste Mal kaufen möchtet, seht ihr hier die Preise eingeblendet. Ist das Abo-Modell von Xbox. Dort sind sehr viele Spiele drinnen, über 100 Spiele. Und könnt dann eben auch Starfield unter anderem zocken. Das Ganze kostet eben zum Beispiel auf der Konsole 10,99 Euro pro Monat. Auf dem PC 9,99 Euro oder wenn man das Ganze zusammen haben möchte, Xbox und PC 14,99 Euro. Verlängert sich eben jeden Monat. Ist ein Abo-Modell. Und eventuell müsst ihr bei euch mal gucken, ob ihr das auch für einen Euro noch schießen könnt. Falls ihr den Game Pass noch nie hattet. Eventuell ist das Angebot noch verfügbar. Wichtig ist natürlich, sobald ihr das Abo-Modell kündigt, den Xbox Game Pass, könnt ihr natürlich Starfield auch nicht mehr weiterspielen. Das Abo-Modell muss halt immer aktiv sein. Ihr könnt natürlich das erstmal kündigen, nach ein paar Monaten dann wieder, ja, im Endeffekt kaufen. Und könnt an der Stelle weiterspielen, wo ihr natürlich aufgehört habt. Der Speicherstand bleibt behalten. Ihr könnt natürlich dann auch wechseln und zu sagen, ich kaufe mir später die Vollversion und nicht mehr eben den Xbox Game Pass. Und ihr könnt natürlich dann auch an der Stelle weiterspielen, wo ihr aufgehört habt. Kommen wir nun zu der ersten Version, die ihr euch kaufen könnt. Das ist natürlich die Standard-Version. Das ist einfach nur das Grundspiel. Kommt am 6. September raus. Da ist nichts Besonderes mit dabei, außer ihr bestellt natürlich vor. Dann gibt es den Vorbesteller-Bonus. Kostet auf PC ca. 70 Euro und auf der Xbox ca. 80 Euro. Wer bei meinem Partner vorbeischaut, kann es auch nochmal ein bisschen günstiger schießen. Links dazu sind unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr digital kaufen, aber natürlich auch physisch. Zum Beispiel bei Amazon und Co. Die zweite Version ist jetzt die Starfield Digital Premium Edition. Dort ist natürlich auch das Grundspiel mit dabei, aber noch ein paar Bonus-Extras. Als allererstes bekommt ihr 5 Tage Early Access. Es geht bei euch nicht am 6. September los, sondern schon am 1. September. Das ist freitags. Ihr könnt schon schön dann übers Wochenende loslegen. Eine coole Sache. Und ebenfalls mit dabei ist die erste Story-Erweiterung, wenn sie rauskommt. Shattered Space heißt sie. Sobald sie dann eben veröffentlicht ist, könnt ihr sie automatisch spielen. Müsst sie nicht extra kaufen. Ansonsten gibt es auch noch das Constellation Skin-Paket. Ist direkt von Beginn verfügbar. Dort ist eben ein besonderes Laser-Gewehr dabei. Ein Anzug, ein Helm und eben auch ein Boost-Pack. Ansonsten gibt es auch noch ein digitales Artbook von Starfield. Und auch den digitalen Soundtrack. Und hier ist natürlich auch der Vorbesteller-Bonus mit dabei, wenn ihr die Version vorbestellt. Diese Version gibt es leider nur digital. Könnt ihr nicht im Handel erwerben. Und kostet auf PC ca. 100 Euro und auf der Xbox 110. Nun wird es ein bisschen konfus. Denn es gibt auch noch ein Starfield Premium Edition Upgrade. Wenn ihr euch die Standard-Version kauft, dann könnt ihr eben noch auf die Premium-Version separat upgraden. Das lohnt sich. Bei verschiedenen Wegen kommt drauf an, wie man es kauft. Zum Beispiel als allererstes, wenn ihr euch den Xbox Game Pass eben holt oder eben besitzt. Bekommt ihr die Standard-Version von Starfield. Und ihr könnt euch dann separat für ca. 35 Euro dieses Premium Edition Upgrade kaufen. Und könnt dann auch eben mit dem Game Pass sozusagen 5 Tage früher loslegen mit Starfield ab dem 1. September. Ihr bekommt auch die Story-Erweiterung mit dazu. Dann natürlich das Constellation Skin-Paket mit dem Laser-Gewehr, Anzug, Helm, Booster-Pack. Und auch das digitale Artbook oder auch den Original-Soundtrack. Wer sich dieses Upgrade im Handel kauft, bekommt sogar on top noch einen Bonus dazu. Und zwar das Steelbook. Aber auch nochmal separat einen Patch. Und es kostet genauso viel wie digital. Und digital bekommt man diese zwei Inhalte nicht. Deswegen lohnt es sich, das Ding eigentlich im Handel zu kaufen, weil man ein bisschen mehr bekommt. Natürlich funktioniert das Ganze auch mit der Standard-Version. Wenn man sie sich eben so kauft, entweder im Handel oder eben auch digital, kann man sich separat dieses Upgrade für die ca. 35 Euro holen. Ich empfehle auf jeden Fall im Handel. Denn dann bekommt man dieses Steelbook und eben auch diesen Patch mit dazu. Seltsamerweise gibt es im Handel nicht gleich die Premium Edition, sondern man muss sich dann das Spiel holen. Plus eben dann dieses Upgrade. Man muss zwei Sachen in den Warenkorb packen. Finde ich ein bisschen unübersichtlich. Habe ich hier aber für euch jetzt extra nochmal erwähnt. Diese Upgrade-Version gibt es nur für die Xbox und für den Microsoft Windows Store, wenn ihr es euch so eben auf PC holt. Natürlich könnt ihr euch Starfield auch so auf Steam holen. Da müsst ihr dann aber gleich die Digital-Premium-Version holen. Da gibt es das mit dem Upgrade nicht. Falls ihr euch das Premium-Upgrade physisch kaufen möchtet, wegen dem Steelbook und dem Sticker, habe ich für euch unten in der Videobeschreibung einen Link. Zu Amazon ist ein Affiliate-Link. So könnt ihr mich auch unterstützen. Ich danke euch da für euren barbemäßigen Support. Kommen wir nun zur dritten Version. Das ist die größte. Das ist die Starfield Constellation Edition. Das ist die Collectors Edition. Die gibt es natürlich nur physisch, denn hier sind einige physische Inhalte mit dabei. Ist auch bei vielen Händlern immer noch verfügbar. Was bekommt ihr als allererstes? Natürlich das Hauptspiel, das Grundspiel ist mit dabei. Aber eben auch eine Chrono-Mark-Uhr. Die seht ihr in der Mitte. Und eine Schatulle im Hintergrund, wo sich eben alles drin befindet. Ein Constellation-Patch ist mit dabei. Genauso wie das Steelbook. Aber es gibt auch einen Credit Stick. Den seht ihr auf der linken Seite vor dem Steelbook. Dort ist eben der Spiele-Code Laser eingraviert. Ist schon eine nette Sache. Sowas habe ich auch bis jetzt auf jeden Fall noch nicht gesehen. Und top mit dabei sind natürlich auch diese 5 Tage Early Access. Ihr könnt schon am 1. September loslegen. Es gibt das Constellation Skin-Paket mit diesem Lasergewehr, Anzug, Helm und Boost-Pack. Und es gibt eben auch das digitale Artbook. Genauso wie den digitalen Soundtrack. Und was ich jetzt fast vergessen hätte. Natürlich ist auch die erste Story-Erweiterung mit dabei, sobald sie veröffentlicht wurde. Und zwar Shattered Space. Schreibt gerne in die Kommentare rein, welche Version kauft ihr euch von Starfield. Eventuell direkt über den Game Pass, weil ihr den schon besitzt. Ist natürlich dann super günstig und angenehm. Eine mega geile Sache. Das war es soweit vom Überblick. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Mehr Starfield-Videos werden natürlich in der Zukunft rauskommen. Wer die nicht verpassen möchte, kann immer gerne mit einem Abo dabei bleiben. Ich bin weg. Ciao. Haut rein.